Hey da draußen, hier ist euer Strong von Strong und Flex TV und heute gibt es so eine kleine Koordinations- und Aufwärmsübung mit den Tennisbällen. Okay, für dieses kleine Warm-up-Spiel brauchen wir die Tennisbälle. Falls du keine Tennisbälle hast, bitte kauf dir keine, weil die sind nicht recycelbar. Ist eher cool, wenn du dich mal umschaust, wer in deinem Umfeld Tennis spielt. Die Tennisleute mögen das nicht, wenn der Ball den Druck verliert. Die würden den wegschmeißen. Frag einfach, ob du den haben kannst oder zwei oder drei, die geben die gerne her. Dann wird die Umwelt auch noch ein bisschen geschont. Und jetzt geht es einfach nur um Koordination, peripheres Sehen und auch so ein bisschen in Bewegung bleiben. Und das sieht gleich wie folgt aus. So, das geht so ein bisschen in Richtung Ansatz-Ido-Portal. Wir machen uns mit Spielen warm, weil es sich einfach so ein bisschen mehr ins Training reinholt und weil es natürlich auch mehr Spaß macht, anstatt nur, ah ja, okay, Ausfallschritt, will ich einfach hier mal ein bisschen anregen, mit den Bällen zu spielen. Und folgenden Plan will ich, haben wir erstmal zwei Bälle und ich versuche, die Bälle immer in Bewegung zu halten. Und das kann ich jetzt natürlich ganz gelangweilt machen. Oder ich kann es machen wie ein Hund, der freut geil Ball und ich will auf jeden Fall, dass sich diese verdammten Bälle immer schon in Bewegung befinden. Ich muss versuchen, die Füße zu wechseln. Also ich habe so ein bisschen auch Koordination mit drin, ob ich nur alles mit einem Bein mache oder ob ich tatsächlich auch abwechsel. Und wenn es einigermaßen gut klappt, packst du dir einen dritten Ball dazu und dann musst du hier aber hampeln wie ein Weltmeister. Oh je, das läuft ja schon richtig klasse. Und da, oh Gott, hast du echt richtig was zu tun. Ja, mach das mal zwei, drei Minuten, dann läuft der Sabber aber schon ganz schön gut. So, ich hoffe, ich konnte ja so ein bisschen, dich ein bisschen anheizen, ein Spiel auszuprobieren. Ist auch völlig egal, dass man da vielleicht ein bisschen blöd aussieht. Nein, ist ein Riesenspaß. Deswegen probiere es aus. Abonnier uns, falls du nicht getan hast. Gib einen Daumen nach oben für das Video, wenn es dir gefällt. Hier unten kannst du auf Facebook oder Instagram vorbeischauen. Hier drüben gibt es zwei unserer letzten Videos. Ich bin wieder raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.